Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich hoffe, bei euch wird es auch langsam Frühling. Bei uns ist jetzt auch langsam die Wärme und die Sonne angekommen, endlich. Bei uns geht es immer ein bisschen länger und wir sind immer so ein paar Wochen hinterher. Aber so langsam wird alles grün und es ist einfach sehr, sehr wohltuend. So empfinde ich das im Moment, die Wärme, die Sonne und hoffentlich auch ein bisschen Regen zwischendurch für den Garten. Ja, und heute möchte ich gerne mit euch über das Tor zur neuen Schöpfung sprechen. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, warum es gerade jetzt total wichtig ist, dass jeder von uns den Zugang ins Neue jetzt schon findet und warum der Zugang nicht außen irgendwo ist, sondern warum wir dabei auch nach innen schauen dürfen und im Inneren so einen ganz direkten Zugang finden können in das Neue hinein. Bevor ich einsteige ins Thema, noch eine kurze Erinnerung an alle, die sich für den Lebensraum-Online-Workshop anmelden wollten. Heute ist der letzte Tag, an dem ihr euch zum Frühbucherpreis anmelden könnt. Der Frühbucherpreis ist der ermäßigte Preis, den ich anbiete für alle, die eben sich in der ersten Woche anmelden. Und ja, wenn du die Chance nutzen möchtest, ich sage am Ende vom Podcast nochmal ein bisschen was. Zum Online-Workshop ist schon eine total schöne Gruppe zusammengekommen und ich freue mich auf die drei Wochenenden, die wir dann miteinander verbringen werden und wir gemeinsam diese ganz konkreten Schritte ins Neue machen werden. Ich freue mich selber auch darauf, weil ich merke, das tut mir im Moment sehr gut, mich mit Menschen zu verbinden oder zu umgeben, die auf dem Weg ins Neue sind und dann gemeinsam Zeit damit zu verbringen, ins Neue einzutauchen. Ich finde immer, dass im Moment gibt es einfach nichts Besseres. Ja, deshalb freue ich mich auch ganz besonders darauf. So, jetzt aber nichts wie rein in unser Thema. Zuerst würde ich euch gerne mitteilen, dass wir im Moment durch eine sehr seltsame energetische Konstellation durchwandern. Und zwar ist es im Moment so, dass die alte Realität, in der wir aufgewachsen sind, in die wir reingeboren worden sind, dass diese alte Realität ja schon länger dabei ist, zu zerbröckeln, sich aufzulösen, weil sich etwas Neues formt. Und wir haben aber auch als bewusste und erwachende Menschen uns immer sozusagen jeden Morgen in diese alte Realität reingeklinkt. Und wir haben daraus unser Verständnis gewonnen. Wo bin ich, was steht an, was ist mein Weg, wie sehe ich die Welt, indem wir in das alte Bewusstseinsfeld, Energiefeld, in diese alte Struktur eingetaucht sind. Jetzt ist es so, dass dieses alte Bewusstseinsfeld, das gleicht im Moment eher einem Trümmerfeld oder so Eisschollen, die auseinandergebrochen sind und auf dem Wasser treiben. Das sind wie so einzelne Brocken, die umhertreiben. Nicht in einer besonders harmonischen Dynamik, sondern es ist chaotisch, es gibt plötzliche, schnelle, unvorhergesehene Bewegungen und Sachen, die plötzlich ans Licht kommen oder sich plötzlich wenden, plötzlich verändern. Es ist alles so ein bisschen chaotisch. Und ja, wir befinden uns also in diesen Trümmern des alten Bewusstseins. Und ich sage euch erstmal, was das Gute daran ist, weil es gibt was Positives daran. Auch wenn es für viele von uns im Moment energetisch sehr herausfordernd ist. Es gibt trotzdem was Positives daran. Das Positive daran ist zum einen, dass zerstörerische Dynamiken, die in diesem alten Bewusstseinsfeld drin waren, das Zerstörerische, das Negative, das kann sich nicht mehr so formieren und seine Pläne so richtig schön aufbauen. Ja, weil wenn man was aufbauen will, ist ja ganz logisch, da brauchen wir Fundament. Da brauchen wir eine stabile Unterlage, auf der wir dann bauen können. Wer auf einer Eisscholle steht, kann da kein Haus bauen, kein riesiges Konstrukt da erwirken. Sondern meine Beobachtung, mein Gefühl ist, dass dieses zerbröckelte Feld auch den zerstörerischen Dynamiken sie daran hindert, ihre Pläne weiter zu verfolgen. Dass es auch da jetzt so viel Chaos gibt, dass auch das Negative gar nicht mehr weiß, huch, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, welchen Plan soll ich denn jetzt eigentlich aushacken. Sondern es wird so ein bisschen durch das Chaos abgelenkt und hin und her geschickt. Und die Energie, die es noch hat, die schwingt auch dabei so ein bisschen mehr aus. So, und für uns kann es auch sehr hilfreich sein, weil wir nach und nach erkennen können, dass die Dunkelheit tatsächlich nicht im Neuen ist und auch nicht ins Neue kommen kann. Diese zerstörerische Dynamik, die kann nicht ins Neue mitgehen. Und die bedient sich also nur noch diesen zerbröckelten Strukturen und hat in sich selbst keine Zukunft mehr. Und es kann total hilfreich sein, da reinzuspüren und diesen Unterschied wahrzunehmen zwischen dem Neuen und diesen alten Sachen, die da noch am Werk sind. Und was auch das Gute ist, ist, dass es überall in diesem Feld, in diesem Trümmerfeld oder zerbröckelten Feld, überall gibt es einzelne bewusste Menschen, die sich für das Neue öffnen. Die aus freiem Willen ihrer eigenen Seele folgen, die innere Bereitschaft haben, die innere Hingabe haben, sich für das Neue zu öffnen. Und das sind wie die leuchtenden Sterne oder diese leuchtenden Punkte mitten in diesem chaotischen Feld. Und das ist auch toll, wenn wir uns mit diesen Menschen verbinden, uns selbst mit eingenommen, wenn wir wahrnehmen, oh, wie schön ist das zu spüren, dass es überall Menschen gibt, die sich für das Neue öffnen. So, und das Bild, ich habe mit Matthias darüber gesprochen, über dieses Trümmerfeld, über dieses Bild, und dann ist ihm eingefallen, dass es ja bei dem Star Wars Film, bei einem von den ersten dreien, ich weiß nicht mehr, von welchen das waren, die ganz, ganz alten, die allerersten hier rausgekommen sind, und da war es ja so, dass nachdem ein ganzer Planet sozusagen zerstört wurde, dass sie dann mit dem Raumschiff durch so eine Art Trümmerfeld durchgefahren sind und einfach nur noch diese Brocken überall waren. Und diese Brocken, die haben sich gedreht und waren in ganz unterschiedlichen Bewegungen, in diesem chaotischen. Und ja, wenn man da rein spürt, dann merkt man schon, also man muss jetzt da ganz ruhig durchgehen. Ja, man muss wirklich da eine andere Geschwindigkeit finden und eine andere innere Haltung, während man dadurch navigiert. Die herausfordernde Sache daran ist nämlich, dass diese Chaosbrocken ja einfach herumdriften und es dann passieren kann, dass du an einem Tag einfach plötzlich von so einem Thema fast schon wie so angesprungen wirst, plötzlich hast du irgendwie mit einem ganz wütenden Menschen zu tun oder plötzlich kommt irgendwas dir in den Kopf und du verbeißt dich daran und das scheint für einen Moment etwas Altes, scheint für einen Moment ganz, ganz real zu sein und nimmt dein Bewusstsein ein, nimmt den Raum ein. Also diese plötzlichen Blasen fast schon von alter Energie und von altem, was dann so plötzlich uns angesprungen kommt, anspringt oder angehüpft kommt, das kann einfach passieren, das macht es für uns chaotisch. Das ist nicht etwas, was wir gewöhnt sind, weil normalerweise auch innerhalb der alten Strukturen sind ja Energien langsam geflossen und Sachen hatten einen linearen Verlauf und es war vielleicht logisch, dass langsam einfach bestimmte Themen ans Licht kommen und jetzt gibt es eben dieses Plötzliche, dass sowas hervorschießt. Und dann aber, nachdem man dann einen halben Tag da voll drin ist, ist es dann auch schon wieder weg. Ja, und da ist es eben ganz wichtig, dass wir übergeordnet ein Verständnis bekommen dafür, ah, das sind jetzt so diese alten Brocken, das sind die alten Brocken vielleicht auch meiner eigenen Realität, das sind die alten Brocken der kollektiven Realität und die driften jetzt so ein bisschen umher und es ist wichtig, dass ich mich nicht in jeden von diesen Brocken reinstürze oder diese intensiven Brocken eben falsch interpretiere und denke, oh, das ist jetzt wirklich ein 50-jähriger Prozess, der da vor mir liegt, statt zu merken, nee, das ist eigentlich nur so ein kleiner Brocken und wenn ich mich zurücklehne innerlich, dann ist er auch schnell wieder weg und diese Situation, die löst sich dann auch schnell wieder auf. Genau, und dass wir uns davon nicht ablenken lassen. Und lustigerweise, heute Morgen, bevor ich jetzt angefangen habe, den Podcast aufzuwachen, habe ich so im Aufwachen noch was gezeigt bekommen oder gesagt bekommen, das passiert ganz oft bei mir. Ich habe das Gefühl, weil wenn ich zwischen dem Schlaf und dem Aufwachen bin, als ob da wie so eine Art offener, ein offener Moment ist, wo mir dann manchmal so Informationen reingeschoben werden, so, ah, jetzt bist du gerade ein bisschen offener, hier sind die neuesten Nachrichten. Und was dann kam, war irgendwie so ein Gefühl von, oder so ein Bild von, wir als Menschen haben tatsächlich in einer Realität gelebt, die in der Form nicht von Gott erschaffen war, also die nicht in Harmonie war und in ihrer wahren Schönheit, sondern wir haben in einer Realität gelebt, die natürlich ursprünglich von Gott erschaffen ist, aber wo dann irgendwie wie jemand, der über ein wunderschönes Bild mit schwarzer Farbe so einen Strich drüber macht oder eine Skulptur, die wunderschön geformt ist, irgendwie so nimmt und dann so ein bisschen deformiert. Man sieht noch so viel Schönes, man sieht noch das Ursprüngliche, aber es ist nicht voll ausgedrückt. Ja, wenn jemand über ein wunderschönes Gemälde drüber, ja, mit einem Eimer schwarzer Farbe drüber geht, dann können wir ja die Gesamtheit von diesem Gemälde zwar erahnen, aber nicht erleben. Wir können sie nicht mehr sehen, nicht mehr fühlen, es ist nicht mehr vorhanden für uns. Und wir sind das gewöhnt als Menschen. Wir haben uns daran angepasst und jeden Morgen, wenn wir aufwachen, dann versuchen wir uns da reinzuklinken in diese alte, verschmierte Realität. Wir versuchen da reinzukommen, dort Halt zu finden, dort zu sein. Und was ich heute Morgen gezeigt bekommen habe, war, dass es ganz wichtig ist, morgens, wenn wir aufwachen und immer wieder zwischendurch im Verlauf von unserem Tag, uns zu erlauben, in das Neue uns einzuklinken. Das Neue ist nicht wirklich neu in dem Sinn. Man könnte sagen, das Neue ist das Gemälde, wie es eigentlich aussieht, ohne die schwarze Farbe, die jemand drüber gekippt hat. Oder das Neue ist wie die Skulptur, wie sie eigentlich gewesen wäre, wenn nicht jemand die total verknüttelt und verformt hätte. Das Neue ist das Wahre, das Echte, das von Gott Erschaffene, das Ursprüngliche, das Natürliche. Und ich probiere das natürlich dann immer gleich aus und habe dann gemerkt, wow, es ist tatsächlich noch so, dass in meinem Körper noch so viele Gewohnheiten da sind, die in das Alte sich reinklinken wollen. Und wenn ich bewusst mich reinsinken lasse in das Neue, so ein bisschen wie wenn man sich in den Raum sinken lässt, dass man nicht sich an den Trümmerbrocken des Alten festkrallt, sondern dass man den Raum zwischen diesen Trümmerbrocken spürt, dass man merkt, wow, da ist eine Ebene von ja, von einer solchen Tiefe und da ist ein solcher Frieden und ich kann mich heute schon da reinbegeben, ich kann mich heute schon da einklinken, ich muss nicht dieser Vorstellung folgen, dass das Neue von außen kommt, sondern ich kann heute schon den Zugang selbst finden, ich kann heute schon mich einklinken, reinsinken, meinen ganzen Körper, mein ganzes Sein, alles was ich bin, sozusagen in das Neue reinsinken lassen. Und was ist das? Was ist das für eine Qualität? Wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, das Erste und Überraschende ist, dass es eben so eine tiefe Stille gibt in dem Neuen und mir fällt auch dazu ein, dass vor ein paar Tagen, nee, sind schon wieder vielleicht eineinhalb Wochen her oder mehr, Zeit ist im Moment sehr, sehr seltsam zu greifen. Da haben wir uns in der Oase ausgetauscht im Zoom-Treffen und es war so schön, dass einige Teilnehmer von der Oase dann berichtet haben, dass sie auf einmal so einen ganz tiefen Frieden immer wieder spüren, so zwischendurch oder so eine ganz tiefe Ruhe und dass sie total davon überrascht sind, weil eigentlich, wenn man dieses äußere Chaos-Feld betrachtet, dann müsste man ja jetzt gerade total verängstigt sein und total im Stress sein und total besorgt sein, aber auf einmal ist da ein Frieden, den man nicht erklären kann, eine Stille, eine lebendige, nähernde Stille, da ist etwas da, was uns trägt und in dem wir gehalten sind und für mich, ich interpretiere das so, dass das die Momente sind, wo wir schon ins Neue reingleiten, wo wir den Zugang schon finden, ins Neue hinein und das ist so wichtig, das ist so wichtig, weil je mehr wir den Zugang ins Neue finden, umso mehr fängt das Neue an, sich auch jetzt schon, zumindest in unserem Leben, in deinem schöpferischen Raum zu manifestieren und das war auch noch mal was, was ich heute Morgen dann so im Halbschlaf fast schon wie gesehen habe, dass wenn wir uns einklinken in das Alte, weil wir als Menschen wie so kleine, kleine Schöpfer sind, kleine, schöpferische Wesen, erschaffen wir oder erzeugen wir in unserem Leben immer noch dieses Alte und wenn wir uns aber in das Neue reinsinken lassen und daran orientieren, dann erschaffen wir auch diese neue Dynamik um uns herum. So, und wer Lust hat, kann ja einfach mal vielleicht bisschen jenseits von meinen Worten reinspüren, reinatmen, sich reinsinken lassen in das Neue und für den Moment einfach ausprobieren. Ja, das kann sich so ein bisschen anfühlen, wie wenn man in so eine neue Sphäre kommt, als hätte die Luft da eine andere Dichte, eine andere Qualität, es ist eine andere Beschaffenheit und da ist diese Stille und da ist diese Lebendigkeit und diese das ist keine Leere, also wie so eine Art leerer Raum, in den man geht, es ist noch sehr viel leerer, weil wir Menschen noch nicht darin angekommen sind und dort auch dann alles entsteht, sondern das ist ja ein neuer Raum, das heißt, er hat vielleicht etwas eher Neues, wie so eine neue Wohnung oder ein neues Haus, in das man kommt, das hat einfach mehr offenen Raum, das sind aber auch harmonische Strukturen, die sind da, weil Gott dabei ist, meinem Empfinden nach, diese neue oder diese eigentliche wahrhaftige Ebene zu verwirklichen, zu für uns alle einfach zu manifestieren, und da ist übergeordnet, kann man da spüren, wow, da ist eine unglaubliche schöpferische Kraft und eine schöpferische Dynamik am Werk und da sind wie schöpferische Bahnen, schöpferische Strömungen, wenn man so will, ganze Strömungen, die der Schöpfung, die da fließen und das ist in meiner Wahrnehmung und in meinem Verständnis tatsächlich die große übergeordnete Schöpfung Gottes und das wurde ich kürzlich gefragt, das ist eine spannende Frage, ja wie passt das zusammen, ist jetzt Gott Schöpfer oder sind wir als Menschen Schöpfer? Ich würde sagen, Gott erschafft als Gott auf dieser übergeordneten Ebene, Gott erschafft auch uns in gewissem Sinne und unseren Lebensraum und die Zeit, in der wir leben und die Lernerfahrungen, die wir machen, aber wir als Menschen haben jeder auch eben als Abbild Gottes einen schöpferischen Funken in uns und auch eine schöpferische Dynamik das heißt so wie wenn Gott sich für etwas öffnet, dann entsteht es ein klein bisschen im kleineren Rahmen ist es bei uns auch wenn wir uns für das Neue öffnen dann fängt es auch an um uns herum zu entstehen ja und da muss man eben immer sehen dass wir als Menschen nicht die vollkommenen Schöpfer sind also wir erschaffen zum Beispiel nicht in welcher Zeit wir leben oder den Planeten auf dem wir leben sondern wir erschaffen in einem kleineren Rahmen in einem Rahmen der eingebettet ist in dieses größere und meine Erfahrung ist dass wir dass unsere Schöpfungen nur dann blühen und wachsen wenn wir mit dieser großen übergeordneten Schöpfung im Einklang sind und als Vergleich fällt mir dazu fallen mir die Jahreszeiten ein und wieder mal ein Gartenvergleich denkt ihr dass die Schöpfung Gottes ist wie Frühling Sommer Herbst und Winter das gibt uns diesen Rahmen vor das ist der große was auf der größeren übergeordneten Ebene passiert und natürlich können wir versuchen mitten im Winter Äpfel zu ernten oder irgendwas Tomaten zu ziehen mitten im Winter mitten im Schnee aber dann bewegen wir uns sozusagen gegen diese größere übergeordnete Schöpfung wir sind zur falschen Zeit am falschen Ort machen das falsche nicht falsch im Sinne von falsch sondern falsch im Sinne von da wächst nichts draus da wird nichts draus wenn wir uns aber einklinken in Jahreszeit dann folgt unser eigenes kleines schöpferisches handeln dem großen übergeordneten und dann trägt unser handeln oder unsere Schöpfung Früchte das heißt unsere Schöpfung muss immer im Einklang sein mit der übergeordneten Schöpfung und das ist etwas was wir lernen müssen das ist etwas was wir vielleicht schon manchmal geübt haben so ein bisschen hier und da aber mein Gefühl ist das ist jetzt eine der wichtigsten Sachen die wir lernen müssen auf diesem Weg in diesem Übergangs Prozess und wenn wir das tun dann öffnet sich tatsächlich wenn wir in Verbindung kommen mit dem Neuen wenn wir sozusagen uns von gottes schöpferischer Kraft tragen lassen dann entsteht ein gerader ruhiger Weg ins Neue es ist dann so dass wir mehr Frieden fühlen das heißt nicht dass wir dass uns alles egal ist oder dass wir kein Mitgefühl haben mit unguten zerstörerischen Dynamiken die im Moment tatsächlich auch noch überall auf der Erde im Gange sind sondern wir gehen wie einen Schritt voraus wir setzen den Schritt über die Schwelle und fangen an in das Neue tatsächlich physisch rein zu gehen rein zu steigen und dort zu atmen dort zu fühlen dort lebendig zu werden unser Körper ist im Moment super heraus gefordert weil unser Körper der mit uns geht ins Neue hat zum Teil zerstörerische Dynamiken in sich die wir geerbt haben vielleicht die wir Krankheiten die wir bekommen haben oder Ungleichgewichte die wir in uns tragen und unser Körper wenn wir an dieser Schwelle stehen wenn wir uns da rein sinken lassen ins Neue kann diese zerstörerischen Dynamiken nicht mitnehmen und was passiert sie kommen alle hoch es kommt alles in unser Bewusstsein und wir haben vielleicht gesundheitliche Krisen im Moment oder wir merken irgendwas ganz Schlimmes aus meinem Körper oder ganz tiefe unangenehme Themen die kommen jetzt alle hoch die kommen nicht hoch weil du einen Schritt zurück machst oder weil du falsch bist oder irgendwas schief läuft sondern die kommen hoch weil dein Körper sagt ja ich will ins Neue gehen und das können wir nicht mitnehmen und das ist erstmal super schwierig für für uns weil wir haben ja damit gelebt wir haben in einem Körper gelebt der wie mit dem Beispiel mit dem wunderschönen Bild wo jemand einmal schwarze Farbe drüber geschüttet hat so haben wir in einem Körper gelebt der zwar einen göttlichen Blueprint hat wie er eigentlich sein dürfte und sollte aber da wurde drin rum gepfuscht da wurden Sachen verdreht und ins Ungleichgewicht gebracht und die das die aktive Dynamik die unseren Körper zerstört die kann nicht mitgehen ins Neue unsere Wunden und die Tatsache dass unser Körper vielleicht gar nicht vollständig sich rein entwickeln konnte in das Neue dass wir eben nicht vollständig das Neue verkörpern die können wir mitnehmen aber nicht diese aktive zerstörerische Kraft und so das beruhigt mich immer weil ich dann weiß okay ich muss nicht perfekt mich erst in diese in diese schönste von Gott erschaffene Form rein entwickeln weil wer weiß das bräuchte ich wahrscheinlich noch 100 Jahre dafür es reicht wenn die tiefsten zerstörerischen Energien die wir irgendwann mal abgekriegt haben die müssen wir zurücklassen und dazu gehören bestimmte Elemente von unserem Trauma wo uns schlimme Sachen angetan wurden dazu gehören vielleicht auch andere zerstörerische Dynamiken die wir in uns tragen und unser Körper braucht Unterstützung in diesem Übergangs Prozess unser Körper braucht immer wieder kleine Momente wo wir ins neue eintauchen und dann wieder Momente wo wir eine Pause einlegen und der Körper das verdauen und verarbeiten kann weil noch nie zuvor hat der menschliche Körper einen so dramatischen Übergang vollzogen wie jetzt im Moment wir stehen sozusagen an einer Schwelle die uns körperlich fordert die unser Energiefeld neu ordnet und neu formt und unser ganzes Innenleben durcheinander wirbelt und ja es ist tatsächlich ein liebevoller Weg ins Neue möglich aber es ist auch tatsächlich sehr herausfordernd im Moment so und wenn wir anfangen über diese Schwelle zu treten immer wieder in uns selbst merken okay ich lasse mich ins Neue rein sinken ich lasse mich da eintauchen in das Neue oder atme da rein meditier da rein ähm dann ja dann merken wir sozusagen das Tor in die neue Schöpfung wir merken diesen Übergang ins Neue und wir merken das nicht nur bei uns selbst unseren eigenen Übergang ins Neue sondern wir merken auch dass es da kollektiv einen Punkt gibt auf den diese ganzen schöpferischen Ströme Hinstreben einen Schritt ins Neue ein Tor in das Neue hinein ein Tor zur neuen Schöpfung und darauf steuern wir im Moment zu und das wird immer deutlicher und ich gebe dazu ja immer das Beispiel dass wir eben nicht warten müssen bis auf der kollektiven Ebene dieser Geburtsmoment des Neuen gekommen ist sondern jeder von uns in dieser großen übergeordneten Schöpfung hat seinen eigenen Zeitplan und seine eigene Dynamik es ist also nicht so wie ja selbst wenn wir jetzt uns vorstellen wir hätten 100 Leute und die wollen alle durch ein Tor gehen es gehen nicht alle 100 Leute genau zur selben Sekunde durch das Tor sondern auch da gibt es die die schon vorne sind die direkt den Schritt über die Schwelle machen es gibt welche die kommen nach andere kommen vielleicht von der Seite manch einer kommt geradewegs auf das Tor es gibt also ganz ganz viele Wege durch dieses eine Tor ins Neue ich finde es total wichtig im Moment dass wir als bewusst und erwachende Menschen uns erlauben den liebevollsten einfachsten Weg ins Neue zu gehen und dass wir jetzt schon diesen Schritt vollziehen warum weil wir dadurch einen sanften Übergang ermöglichen für uns selbst wenn wir mit dem Neuen schon in tiefer inniger Beziehung sind wir fühlen das und wir erleben das im Alltag ja dann brauchen wir nicht mehr so sehr in Panik sein weil im Moment liegt diese Panik vor dem Neuen über der Erde und ich weiß die meisten von euch werden dann vielleicht sagen nein das ist nicht die Panik vor dem Neuen die Menschen haben Angst vor den alten Sachen so drückt es sich vielleicht aus wenn man die Leute fragt sagt man Angst vor Krieg Angst vor Armut Angst vor Wirtschaftskrise Angst vor dem und dem Angst vor diesem das aber was hinter all diesen Ängsten dahinter steckt ist eigentlich dieses ich weiß nicht was da kommt ich kann es nicht fühlen und greifen und das löst Existenzangst Überlebensangst aus je mehr Menschen mit diesem Neuen in Verbindung sind das fühlen das atmen das schon in ihrem Leben erblühen lassen das beruhigt die ganze Menschheit es gibt tatsächlich ja Momente wo man das fühlen kann wenn größere Masse von Menschen in Panik ist und dazwischen gibt es einzelne Leute die sind in der Ruhe und die fangen an zu atmen und fangen an in das Neue sich rein sinken zu lassen das senkt den Panikpegel runter 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 und öffnet einfach wie so ein Potenzial dafür dass andere Menschen auch das fühlen können und wahrnehmen können und das merke ich manchmal gerade bei jüngeren Menschen wenn mir jüngere Menschen begegnen die ja schon oft sehr viel mehr Offenheit auch mitbringen auch sehr viel mehr Feinfühligkeit und wenn ich dann mit jemanden mich verbinde und mit denen vielleicht ein bisschen teile dann geht geht nur wie so einen kleinen Moment der Verwirrung und dann gibt es dieses Ah und merken sie oh ja stimmt sie merken es nicht im Verstand aber ihr Energiefeld ihre feinen Sinne öffnen sich für das Neue und dann merkt man auf einmal diesen Frieden und diese Ruhe und daran merke ich oh das Neue ist auch ansteckend oder es ist sehr hilfreich wenn wir uns da rein bewegen als Pioniere und dann den Menschen um uns herum ermöglichen ohne dass wir darüber sprechen müssen ohne dass wir jetzt irgendjemanden dazu bekehren müssen oder in Panik rumrennen müssen ich muss es allen erklären ich muss es allen sagen wir können es verkörpern wir können es atmen leben ankommen reinspüren in das Neue und dann lernen wir auch über die Zeit die vor uns liegt ja weil im Moment ist es tatsächlich so wir alle steuern auf diese Geburt zu auf diesen Moment es baut sich auch so eine gewisse Spannung auf wie vor einer echten Geburt man merkt wow es geht jetzt alles auf diesen einen Punkt zu aber das kann uns manchmal auch die Sicht versperren ja Moment was kommt denn danach was kommt denn auch danach in meinem persönlichen Leben es gab Momente wo ich zum Beispiel gedacht habe ja ist denn alles umsonst was ich in meiner Arbeit gelernt oder entwickelt habe sind wir dann mit einem Schlag perfekte Menschen und alles ist perfekt und es gibt überhaupt nichts mehr zu tun und wir hängen alle nur noch gelangweilt rum und sagen ich bin jetzt so wie ich immer schon sein sollte oder ich bin jetzt in meiner tiefsten Wahrheit und jetzt sitze ich einfach hier und dann habe ich gemerkt nein wir bringen schon auch die Dinge die in uns nicht entwickelt sind oder die Überreste von alten Wunden oder Dinge die bringen wir schon mit und wir bringen auch ein hey wir wissen noch gar nicht wie lebt man denn eigentlich mit der Erde wirklich im Einklang wirklich in einem neuen Bewusstsein oder wie leben wir miteinander in einem Einklang wir haben vielleicht so winzige Momente wo wir ahnen wo wir so kleinen Vorgeschmack schon erlebt haben aber wie das wirklich auf einer großen umfassenden Ebene aussieht das wird eine lange Zeit dauern bis wir uns als Menschheit da rein entwickelt haben bis wir unseren Körper vollständig bewohnen bis wir unsere inneren Fähigkeiten vollständig entfalten unser Miteinander unser Miteinander mit der Erde mit Gott mit allem mit den Tieren mit uns selbst da gibt es so viel was vor uns liegt auch an schönen Schöpfungsprozessen Entwicklungsprozessen ich merke schon wenn ich rein sinke in das Neue wenn ich meinen großen Zeh sozusagen in diese Badewanne rein strecke oder den See rein strecke da ist dieser Frieden und da ist nicht mehr diese wilde zerstörerische Dynamik die im Moment noch so stark hier innerhalb der alten Realität spürbar ist es gibt viel mehr Raum es gibt viel mehr gehalten sein und Weite und die Energie fließt ganz anders mehr so harmonisch und ja wie so ein Gesang ganz ganz anders als jetzt aber trotzdem gibt es Sachen zu lernen zu wachsen und das ist ja auch wichtig für uns als Menschen wir wollen ja auch lernen und wir wollen eine Aufgabe darin haben wir wollen uns in diesem Neuen ja auch ausdrücken können leben entfalten dürfen und ich glaube deshalb dass es im Moment wichtig ist als Pionier der sozusagen vielleicht schon seit Jahren sich auf das Neue vorbereitet dass wir jetzt anfangen da rein zu wandern und den ja dieses Training auch beginnen für das Neue und fit machen für das Neue und da würde ich dann auch gerne nochmal meinen Online Workshop erwähnen weil der Online Workshop Lebensraum den habe ich biete ich dieses Frühjahr an weil ich einfach das Gefühl hatte wir brauchen einen Raum wo wir uns gemeinsam mit dem Neuen beschäftigen und da reinatmen uns reinfühlen reindenken damit wir das lernen können damit es nicht mehr sowas ist sowas vor uns ist wir haben keine Ahnung und da viel Angst vielleicht auch davor sondern dass wir einfach schon in Beziehung sind damit das senkt unseren eigenen Stresspegel das gibt uns mehr Frieden mehr Zuversicht mehr Selbstvertrauen auch das lässt auch uns erlaubt uns auch wieder kreativ zu sein wenn man in diesem Trümmerfeld des Alten rumhängt dann hat man keine kreative Kraft dann hat man auch keinen Schwung mehr man hat keine Vision für die Zukunft und wenn wir uns in diesen schöpferischen Flow wieder einklinken dann sprudelt die Lebendigkeit wieder dann kommt das Zarte und Lebendige in uns wieder zum Vorschein und das werden wir machen an drei Wochenenden das erste Wochenende vom 8. bis 10. April das zweite vom 22. bis 24. und dann vom 13. bis 15. Mai wir haben bewusst drei Wochenenden gewählt weil es gibt einiges was wir trainieren werden und bewusst habe ich auch Zeit dazwischen eingeplant weil ihr kennt es vielleicht wenn man in etwas Neues eintaucht dann braucht man immer auch so ein bisschen Zeit zu verdauen das sacken zu lassen das auch im eigenen Leben auszuprobieren und richtig so ein bisschen in die Realität zu bringen und dann kommt der nächste Schritt wir treffen uns via Zoom das ist jetzt im Moment die praktischste und einfachste Möglichkeit dass auch Leute aus anderen Ländern irgendwie auf eine gute Weise zusammenkommen können wir machen sehr viel innere Arbeit Übungen es wird aber auch um den Körper gehen weil der Körper braucht meinem Gefühl nach jetzt wirklich so eine richtig tiefe Unterstützung um diesen Übergang leichter verdauen zu können es gibt bestimmte Bereiche im Körper mit denen wir da arbeiten werden Bereiche von unserem Nervensystem die wir unterstützen werden wir trainieren das Neue zu fühlen ins Neue einzutauchen auch wieder in den kreativen Flow zu kommen und ja ah genau noch eine Frage wurde mir auch gestellt wie es ist wenn man nicht an allen drei Wochenenden Zeit hat das ist überhaupt kein Problem wir zeichnen alles auf Audio und Video und du kannst dann nachträglich in deinem Zeitplan wie es dir möglich ist die Sachen nutzen für dich und wir geben euch auch deshalb die Aufzeichnung weil es ja auch immer schön ist wenn man merkt oh diese Meditation die hat mir jetzt richtig gut getan oder das ist jetzt voll mein Ding da muss ich meinen Körper unterstützen dann kannst du das im Alltag einfach immer wieder mal anhören und dann hast du wie so eine kleine Werkzeugkiste für den Weg ins Neue aus der du immer wieder mal was rausholen kannst genau und wie gesagt bis heute für alle die sich heute noch anmelden gilt der ermäßigte Frühbucherpreis und wenn du merkst oh ja das könnte was für dich sein ich hab dir hier und wenn du auf YouTube bist unter dem Video in der Infobox den Link zur Anmeldeseite da kannst du gerne mal schauen und gucken was dein Bauch dazu sagt und ob du dich anmelden magst und wenn du den Podcast hörst dann schau mal in die Shownotes da hab ich dir auch den Link zur Anmeldung und wie immer für meine YouTube Freunde ich freu mich total wenn euch das Video gefallen hat dass ihr mir einen Daumen hoch gebt einen Kommentar hinterlasst wenn euch was dazu einfällt freu ich mich auch immer und wer mag darf gern meinen YouTube Kanal kostenlos abonnieren oder meinen Podcast abonnieren da wo du deinen Podcast hörst alles alles Liebe für euch und bis dann dann